Das Praxisseminar Kultur im virtuellen Raum, Wintersemester 2021, untersuchte vorhandene Angebote und Konzepte im Bereich der Virtual Reality und erkundete deren Kulturgeschichte. Ein Hauptaugenmerk lag darauf, wie Virtual Reality bereits für die Präsentation und Vermittlung kultureller Inhalte genutzt wird und welches Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Ein weiterer Schwerpunkt war die Sammlung und Diskussion von Darstellungen der Virtual Reality in Literatur, Film, Kunst, Games etc. In der Ausstellung Virtualität in der Kultur wurden einige der Funde von den Studierenden präsentiert. Darstellungen 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.